Ja, liebe Leute, hey, Liebes Pöttenkiste hier. Ich bin heute hier im Stadtpark. Heute ist tatsächlich Endpasses Project hier live im Konzert. Leider ist es so, dass das ganze Ding relativ teuer ist. Es kostet 60 Euro die Karte. Finde ich also nicht ganz schwierig. Dementsprechend bin ich hier draußen. Und schauen wir uns von hier draußen. Das ist trotzdem ganz cool. Ja, das ist klasse. Er hat also irgendwie die ganze Zeit der Best-of-Sachen gebracht und mittlerweile hat er gesagt, okay, dann mach ich mal irgendwie die ganze API, Robert, for euch. Und das hat auch schon gemacht. Da sind wir auf der B-Seite angekommen. Und das ist richtig klasse. Also auch die Stimmung hier draußen hat sich immer so gut geholfen, weil es letzten Endes hier hat die ganze Zeit immer mehr in der Angelegenheit. Und wenn es hier irgendwie mal steht, und mal schauen, was hier letzten Endes los ist im Stadtpark, ist das schon grandios, wenn ich hier mal verstehe. Das ist der Stadtpark Hamburg. Also hier ist immer was los, letztendlich die Konzerte stattfinden. Und das ist prima. Ja, da ist ja kein Nummer nur noch drin. Ja, da tanzt auch einer ganz wild. Verrückt nochmal hier. Und dann freuen wir uns darüber. Bitte schön. Ja, ihr seht, der ist auch ganz begeistert. Ich auch. Dementsprechend gehen. Dann machen wir jetzt ein Bier trinken, einen auf Elm fassen und fahren mit ein paar Stunden. Alles sehr gut gehen. Bis dann, ja.